Hallo und herzlich willkommen zu Homöopathie einfach erklärt. Ich bin Petra Merker, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie in Darmstadt und heute besprechen wir das Thema Kontergan. Im letzten Video zum Thema Schwangerschaft habe ich das Thema Kontergan ja schon einmal kurz angeschnitten. Da mir das Thema aber wichtig ist, weil ich denke, dass es in den nächsten Jahren immer mehr zum Thema werden wird, mache ich heute nochmal ein separates und ausführlicheres Video zu diesem Thema. Kontergan ist, wie schon erwähnt, heute wieder im Einsatz und zwar unter dem Namen Thalidomid oder auch unter den Derivaten Lenalidomid oder Promalidomid. Schauen wir uns erst einmal die Geschichte von Kontergan an. Kontergan wurde 1957 von der Firma Grünetal als Schlafmittel auf den Markt gebracht. Es war damals eine sensationelle Erfindung, weil es ein Schlafmittel war, welches nicht abhängig machte im Gegensatz zu den anderen Schlafmitteln konnte man es also dauerhaft einsetzen. Das Schlafmittel wurde dann Patienten verschrieben und im Laufe der Zeit wurde es auch Schwangeren verordnet, die eben nicht gut schlafen konnten. Und dabei stellte sich heraus, dass Kontergan auch sehr gut gegen Schwangerschaftsübelkeit wirkte. Und aus diesem Grund wurde es dann auch hierfür verordnet, was dann natürlich zu diesem Dilemma führte, weil Kontergan teratogen, also missbildend wirkt, ja, also dass das Baby dann missgebildet auf die Welt kam. 1961 brachte dann ein Arzt erstmals Kontergan mit den bis dahin aufgetretenen schweren Missbildungen von den Neugeborenen in Verbindung und aber bis zu diesem Zeitpunkt waren dann allerdings auch schon 15 Tonnen Kontergan verkauft worden. Es kamen dann circa 10.000 Kinder mit schweren Missbildungen auf die Welt, weswegen Kontergan dann auch vom Markt genommen wurde. 1962 wurde Kontergan dann zur Behandlung von bestimmten Erkrankungen wieder zugelassen, zum Beispiel von der Behandlung Lepra. Die hat in Brasilien noch stark gewütet und hier wurde Kontergan wieder verschrieben, unter anderem auch gebärfähigen Frauen, also Frauen im Alter, die eben noch Kinder bekommen können. Und entweder hatten die Frauen nicht genug Geld, um sich Verhütungsmittel zu kaufen oder sie wurden nicht richtig aufgeklärt, das weiß man nicht so genau. Jedenfalls kamen im Laufe dieser Zeit dann wieder vermehrt missgebildete Kinder zur Welt, die eben im Zusammenhang mit der Einnahme von Kontergan standen. Wenn wir uns die Wirkweise von Kontergan anschauen, dann können wir uns auch ganz gut die Missbildungen erklären, wie diese zustande kamen. Und zwar wirkt Kontergan hemmend auf die Gefäßbildung. Und hier wirkt es vor allen Dingen auf die Endothelzellen ein. Das ist die Schicht, die unsere Blutgefäße auskleidet. Bei der Entwicklung des Embryos wirkte Kontergan dann eben hemmend auf die Gefäßbildung, sodass eben keine Extremitäten entstehen konnten oder auch es zu verkürzten Extremitäten kam. Weil wo keine Blutgefäße sind, können auch keine Extremitäten versorgt werden und keine Extremitäten entstehen letzten Endes. Kontergan wirkt zudem auf unsere Immunantwort, also es verändert unsere Immunantwort. Und hier speziell wirkt es auf den Tumor-Nekrose-Faktor, der einen Schlüssel für unsere Immunantwort darstellt, weil er eben auf die Apoptose Einfluss hat. Die Apoptose, das ist der Selbstmord der Zelle. Das habe ich in einem anderen Video zum Thema Dornwarzen schon ausführlich besprochen. Wenn ihr da nähere Informationen zu haben wollt, dann guckt euch einfach das Video an. Kontergan hat auch Einfluss auf das Zellwachstum und auch auf die Zelldifferenzierung, also zu welchen Zelltypen sich im Endeffekt die Zellen dann entwickeln. Heute wird Kontergan bei zum Beispiel dem multiplen Myelom eingesetzt. Das ist eine Krebserkrankung im Knochenmark, weil es eben hier auch die Apoptose, also den Selbstmord der Plasmazellen, die sich im Knochenmark befinden, verursacht und dann eben den Krebs zum Stillstand bringt, weil die Plasmazellen bei dem multiplen Myelom anfangen zu wuchern. Zudem hat man herausgefunden, dass Kontergan auch eine entzündungshemmende Wirkung hat und genau wegen dieser entzündungshemmenden Wirkung wird Kontergan heute Talidumid auch bei Morbus Crohn zum Beispiel eingesetzt, einer entzündlichen Darmerkrankung und auch bei anderen Autoimmunerkrankungen. Das Deutsche Ärzteblatt titelt zum Beispiel am 27. November 2013 das Talidumid refraktären Morbus Crohn bei Kindern lindert. Das heißt, dass bei diesen Kindern eben keine schulmedizinischen Medikamente so gut anschlagen und man hat deswegen eine Studie in Italien gemacht, an Kindern durchgeführt und hat diesen Kindern dann Talidumid verabreicht und festgestellt, dass Talidumid eben da sehr gut half die Entzündung genommen hat und da, wo schulmedizinische Medikamente eben keinen Einfluss drauf hatten. Das ist auch, was man schon in der homöopathischen Praxis gesehen hat. Mein Lehrer in Belgien hatte damals einen jungen Mann, so circa 25 Jahre alt, der auch im zeugungsfähigen Alter war und der hatte auch aufgrund seines Morbus Crohn's Talidumid verschrieben bekommen. Und als Vorsichtsmaßnahme sagt man den Patienten, die Talidumid einnehmen, dass sie auf jeden Fall mit Kondomen verhüten sollen, da das Talidumid-haltige Sperma auf keinen Fall zur Befruchtung dienen darf, eben wegen der teratogenen Eigenschaft, die es hat. Meiner Meinung nach, aber das ist wieder meine ganz persönliche Meinung zu diesem Thema, finde ich es nicht gut, dass eben jungen Menschen im zeugungsfähigen Alter, also Menschen, die noch Kinder bekommen möchten, darunter zählen auch Kinder, Talidumid verordnet wird. In solchen Fällen würde ich mir wirklich wünschen, dass die Schulmedizin da mit alternativen Therapien besser zusammenarbeitet im Sinne des Patienten, weil hier kann man auch alternativ mit Homöopathie gerade auch die Krankheit sehr, sehr gut zum Positiven beeinflussen. In einem späteren Video werde ich euch einmal einen Fall von einer entzündlichen Darmerkrankung vorstellen, der jetzt schon über zehn Jahre keine Beschwerden mehr hat. Talidumid wird auch beim BZ-Symptom eingesetzt. Das ist eine chronische Entzündung der Blutgefäße, die unter anderem auch zu schmerzhaften Geschwüren im Mund- und Genitalbereich führt. Dann wird das bei HIV-Patienten eingesetzt, die unter Geschwüren in der Speiseröhre leiden und auch bei Patienten mit Prostata- oder Nierenkrebs und auch bei bestimmten Hirntumoren. Aber warum wirkt Talidumid bei diesen bestimmten Krebsformen? Da der Tumor, um zu wachsen, Sauerstoff braucht, müssen auch wieder neue Blutgefäße ausgebildet werden. Und hier setzt wieder Talidumid an, sodass sich unter dessen Einwirkung eben keine neuen Blutgefäße bilden können. Der Tumor erstickt dann im Prinzip dadurch und gerade bei den Tumorerkrankungen hat Talidumid auch sicherlich seine Berechtigung, dass man es einsetzt. Aber wie gesagt, bei jungen Patienten oder Patientinnen, die eben noch Kinder bekommen können oder wollen, weiß ich halt nicht genau, wie da die Langzeitwirkungen sind, auch auf die folgenden Generationen, sodass ich damit ein bisschen Bauchschmerzen hätte. Es gibt allerdings auch Nebenwirkungen, die Kontergan mit sich bringt, zusätzlich zu den schon angesprochenen Missbildungen. Es kann auch Nervenschäden verursachen, Müdigkeit, klar, weil es ja auch als Schlafmittel eingesetzt wurde, Thrombosen können auftreten oder ein verlangsamter Herzschlag und es kann auch zu schmerzhaften Hautreaktionen kommen. So, das war mal ein kleiner Ausflug in ein Arzneimittel. Ich werde in folgenden Videos öfters nochmal Arzneimittel besprechen, die ein bisschen problematisch sind in gewissen Richtungen, damit ihr darüber euch informieren könnt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal oder gebt mir einen Daumen nach oben, damit es viele Leute sehen können und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.